nein das ist keine perücke das sind meine haare leute also ihr habt gesehen heute morgen in der ersten aufzeichnung von unserem 80s tutorial habe ich mir rein gemacht die komplette sprühe range von leonard grell ich zeige sie euch noch mal ganz kurz und schnell durchlauf das wichtigste war eigentlich spray coiffen für meine wunderschönen locken wie ihr sehen könnt und ein tonic was das ganze fixiert so das coole ist an der ganzen geschichte dass man bei diesen produkten vegane basis übrigens immer noch mal ein bisschen mehr rein tun kann jetzt schmeiße ich gleich mal den fön an und werde euch etwas ganz wichtiges dabei zeigen erklären ist ein bisschen schwierig aber ganz genau zugucken das wichtigste ist kleine rund bürste ich bearbeite mir jetzt mal extrem meinen ansatz und dann zeige ich euch nämlich auch noch einen super coolen trick also ich gehe in die kontur und filme gegen den strich auf auch spannen und ist wirklich hier Weil ich sie nun haben möchte, fühle ich mich auch nochmal versunken. Richtig tolle. So, wenn eure Haare genauso strohig und genauso trocken sind wie meine von vielen Färben und Umformen und so, müssen wir uns ja nichts vormachen, dann nehme ich nämlich dieses wundervolle Serum und gebe es mir ins Haar, nur natürlich nicht an den Ansatz, weil es mir sonst zu fettig wird und sofort runterkracht. So, was ich machen kann, ist mir den Oberkopf toupieren mit meiner Lieblingsbürste Mason Pearson, die ich jedem Hairstylisten wirklich empfehlen kann. Und lege mir das Passé drüber. So, der beste Trick, den ich auch meinen Schülern immer zeige, ist tatsächlich gut aufpassen. Kontur nehmen, sprühen, kontur nehmen, sprühen, kontur nehmen, sprühen und ganz kurz knüpfeln drüber gehen. Ich glaube, ich werde die Seiten relativ hart, aber trotzdem immer noch beweglich. So, Leute, let's get ready. Was man auch noch machen kann, ist natürlich den Scheitel variieren. So, dann hätte man diese Angelegenheit. Finde ich sogar eigentlich ein bisschen geiler. Wenn man Bock drauf hat, steckt man sich hinten eine Banane rein. Also, ich fixiere es nochmal und laufe gleich damit nochmal kurz die Straßenhöhren drunter, solange man es noch kann. Ready? 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 Bye, babes.